und herzlich willkommen zu der nächsten together season weil leider ja durch den server crash die ganze welt gelöscht worden ist auch erst mal hi von mir ja ich höre heute auch mal auf und der x technik hd und lp mit leon sind im hintergrund jeweilig hallo so und jetzt noch ein server und die lenken natürlich noch wieder und ich sollte mich mal eben klären er hasse ich ach tipp mach als erstes eine spitze steinachst oder ich mach das mal eben schnell und leckt schon wieder bei mir nicht weil wir haben hier tricapilator drauf jetzt dass das hexet nein da ist nur unten ein baum abbauen muss man da achst und es kann ja dass ich hier gerade schnell das heißt dumme ist du bist gerade mit auf und er kann es nicht weil es leckt es gab bei mir bei mir auch leicht aber nicht schlimm ich habe zwar 22 fps aber ich kann nicht drauf auf mehr spieler so weit ist es leistet so jetzt müsstest du drauf kommen nicht mehr ich komme ich auch mehr spieler drauf und dann geht das wieder gut an ja ja ich habe gerade wieder meine ja auch schon 60 60 fps eine kurze schneider ja du kannst einfach mal versuchen rauskommt dann willst du denn starten hier mit der ist ab morgen weil ich habe noch eine folge ja agar kommt bei mir auch noch so und wie man jetzt sehen kann und wie kappi later ist so geil ich muss schneiden bisschen mehr drauf kommen gleich gleich ist ja so kennt sich auch so kennt sich mit mobilien aus nur bitzen und bitzen ja er kann man auch auf der amt aufnehmen ja kann man aber das kannst du besser mit traps machen ja gut dass hier schon mal ein gesprächert durch kling ja und ich habe neues server icon drin und mein neun skin wo ich gleich noch mal drauf kommen werde also sagen also du wirst gleich kein holz verfahren müssen dadurch schliebe diesen ab und diesen monat das ist mir lagen das ist ein plugin genau und weiß dass man dann auffällt die axt geht davon nicht kaputt das heißt wir können die unendlich theoretisch benutzen fast heißt wir können 131 baumstämme damit abbauen an sich aber der zählt ja die nicht wirklich okay immerhin elf leute gestoß und die lieben auch kommen ja als auch wieder klar für ihn gegrieft worden ist jetzt gerade noch auf so dass ich habe geschützt ich habe schon anderthalb sechs holz also die erste folge wird wahrscheinlich der trikpilator muss in anführungszeichen hat man ich mache meine folge dann noch etwas länger weil ja du weißt schon dass ich damit auch kein problem ab 51 zu machen aber doch ganz gut hier jetzt zu erinnern ein Jahr da auch der Werner Nürnberg jetzt ist die 8 ich muss auch selber zu kommen er ist nicht so ich gucke einen skype weil ich angeschrieben worden bin ich bin ich doof ich gehe kristall okay Lars viel Spaß David macht ihr was drauf oh ja bau dir keine Quip ich hab schon soweit alles und der Stimme ist er noch klar 3, 2, 1 So, jetzt bin ich endlich auch wieder jetzt auf dem Server ach guck mal, in welchem Team ich schon bin da muss ich mich gleich auch noch rein schäumen Admin, ey Admin-Cheater Ähm, brauchst du einmal Spitzsack und so? Ja, war schon reich Und Holz? Weißt du, was du machen kannst? Ich ziehe immer die und bau die Bäume ein bisschen weiter ab Oh ja, doch schon mit Bäume Weißt du, Dschungelbäume? Ja, ja, schon Dschungelbäume Bäume, also schon Bäume Ja, ich hab ne Beule Oh, ihr seid, ähm, Clash of Clans an Ich nicht Ich bin in der Folge, also Ja, aber du bist ja auch wunderbar Ah ja, ich hab mir überlegt schon, eventuell auch noch Clash of Clans aufnehmen Deine Werbkirche auf Clans an Äh, ganz erst hier, die sind da Äh, wie ist dein Name? Ich vergesse mal deinen Namen X-Technix, aka Laios Ja, Laios Ja, Laios Ja, ich hab mit Profit im Grund, sollte ich mich haben Ich war das Sorry Ja, ich hab mal mit, nehme ich in meiner Aufnahme Bei mir nicht Ich hör, das gar nicht Oder hört ihr das? Weil mich hat man generell leiser als Hallo, Freunde, willkommen zurück bei der Skype-Lock-Mann-WG Aber alter, weißt du, wie genial das Plugin ist? Sorry Ja Alter, ein Dschungel, gell? Ja, deswegen, ich hab das ja auch nur gemacht, weil wir im Dschungel bau sind Hey, dem Sie Ja Kannst du mir einen Gefallen tun? Oh, oh, jetzt geht's los Kannst du mir jetzt rummachen, wo alles drin ist, was ich brauche? Ja, wir brauchen aber erstmal selber, wie viel Holz hast du? Äh, ein bisschen mit mir da, äh Ihr zwei Lieben Ich hab grad über fünf Fast 5 Komplette Steaks Spielst du heute Abend auch? Ich muss noch mal gucken, weil Bei mir ist grad Taram Ich hoffe, man hört den Hammermeister bei mir nicht Ich bin ja morgen weg, ne? Ja, schade eigentlich Ja, morgen Viel Glück Ähm, Frage, mach's weg, oder? Bist du in Urlaub, oder? Viel Glück bei mir saufen, oder was? Ja, genau Nee, ich wollte dir viel Glück für deinen Plan wünschen Ja, schon Dann mach mich mal ein bisschen wieder Bize dann Ich bin da eh wieder raus Ich bin da eh wieder raus Ich bin da raus Ich bin da raus Aber du bleibst bei uns erstmal drin, oder? Ich bin da gleich aufnehmen Ich hab schon aber zwei Stacks voll Ich hab gleich das Elementar voll Ähm, ich würd sagen, soll mir Hunden bauen gegebenenfalls Oder? Ja, ich komme also zu dir, ne? Und sorry, falls es grad leicht leckt Oh, mehr lebt, geil Und ich hol mir Nico mit rein Ich hab drei, vier, jetzt hab ich wieder mehr Hey, Nico? Ja, ja Welchen Nico? Hi, Nico Halt Nico Hörs 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 Gäuers Hörs tp gut sehen der nährte kalt atmen du meinst du hast es gut erneut doch aber es ist nicht gut in der scheiße nehmen wir lassen sich damit den schildern zwar wieder machen aber ich guck er sollte ok endlich mann an der bauern oder er unten in der mine ich wollte es sagt unten der miener sie wird unsere keller und jungen was ich dann nur sagen wird ein hier oben unser haus vielleicht ein haus gebaut ein tiefer soll das ich mache uns eben ein bisschen der quip und wenn er jetzt gerade wieder auch mit dem druck denken dann hier so hatte hier immer schaffen macht das ganze einen tiefer und ich um einen jungen die ein bisschen cola und fackel machen kann in den jenigen jahren wird scheiße warum weiter weich arbeiten ja aber ein bisschen mehr so hoch rolle ist bist du noch im hintergrund wer guck mal ob er noch im hintergrund ist ja also ich bin so fies und ich guck mal ob ich jetzt musik mittendrin mein krieg ich kauf nur heute abend oder so ein schön in dem ziel machst du das wenn du ein modell hast und dann noch gleich in skype mitten in der folge ich nehme es doch auf ich nehme ja nur mein kopf auf bild ausrufezeichen 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 was wer ihr die menschen schrieko sag mal was das muss ich wieder um ändern warte ich habe ich doppelt mg hier ach genau denn schön das gehen ach weißt was du machen kannst du kannst du auch noch ein paar bäume ein ist richtig auf kraft ist cool aber plugin heißt er baut nicht alles ab ach so schön so schön du mein gott dankeschön jetzt weiß ich auch gescheuert ich liebte lang ich weiß nicht was mit loll mein ja dein account ja ich will haus brauchst du baue hier erst mal kommt ein paar ab weil wir wollen hier unten bauen darf ich das bauen guck mal hier vorne auch ich mache mir mal eben selbst eine axt schaufel meine ich habe fast ich habe ich habe hier gestern im video gesehen die perfekten dschungel verstöcke bauen kann ich würde sagen wir bauen in meinem standardstil also bauen im modernen oder kennst du weißt wie ich in s1 gemacht habe habe ich nicht angeguckt nur zwei ja kannst ja gleich mal gucken so bei euch hier wahrscheinlich auch ja ich kann ja schwer sagen guck gleich mal in s1 schnell vorbei ja ich stelle mich an ich glaube mich kurz mal aus mutig am besten kurz ja ja woher kann ich jetzt auch aufnehmen sollte ich schon mal eben scoreboard team also im team da wollte ich auch noch mal drauf eingehen ist auf jeden fall der lp mit leon der da wie was die western cow der papa sohn lp allerdings natürlich auch in der video beschreiben und vielleicht wieder der 10c krippi nur der hat mir noch nicht geantwortet nein nein wir sind egal sein es ist mir egal ich habe dann brauchst du jetzt und so wie ich bauen ja könntest du hier vielleicht einmal hier ist eine schaufel hier gerade ab hier wieder ein baum nein ich will weiterhin die richtung noch ein paar stücke hast du hier sechs was machen noch und auf dem sechsten sollen wieder stemmen da immer wieder bei neuen video ja ich bin dabei dabei und er ist dabei dabei bei den ersten video weil sich mal aufnehmen und tipp was macht ihr kein holz axt ja ich weiß ich würde sagen wie groß machen wir jeweils die dinger und dass man sprinten kann würde ich mal so behaupten gut oder als dabei runter vor allem dabei ist runter ich krieg direkt wieder 60 fs ja ich will mir immer noch auf ihr könnt auch mal hallo ich habe also ich kann schon mal die erste eisenspitze können wir machen hier unten unser keller so ich würde sagen hier noch eine etage drauf und da kommt hier vorne nämlich das dach dran aber ich würde sagen wir machen das mehrstöckig oder ja man kann auch dann hier oben noch ein bisschen in den berg reingehen ja ich wollte hier unten auch noch im berg rein ja ich würde aber mal sagen wir gehen noch zwei mal wir machen das so ungefähr auch nicht wollen hier ist schon mal ein ding und die stadt ich mache jetzt mir schon mal ein ofen ok aber das eisen daraus bohr krasseling hat da jedes ein eigenes wohnungsabteil oder wie machen wir das dann ich muss mir das selbst noch überlegen sorry für die krassen lecks grad ja bei mir aber auch wir die folge ist eben zu ende dann nutze ich das jetzt nicht so kurz dort meine folge nicht habe ich gerade erst angefangen kann du ja meine folge ist auch gleich zu ende hier ich mache mir ja eben ein paar eisen da geht keiner dran ag nur ich dran weiß mein eisen das feuer warum ich brauche als erstes ein eisen equip weil ich will gleich in richtung die erhöhe das ist eine zweite folge die jahre ich weiß noch bei mir als exx zu klein ist ja nur weil alles freundlich wie fliegt 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 immer wieder auf die fresse ich bin so toll und ich bin so ich habe einfach skype ausgeworfen wer denn niemand in der einstellungen alter voll krass deutsch kann mir jemand mal stein geben stein warte ich könnte dir eine spitzhacke geben hier kannst abbauen unten ja danke ich wollte mir so oder so eine jetzt geht es auch viel besser irgendwie mein mein schrift ist jetzt gerne schrieben leiter bringt mit der klein moment nicht deswegen weckere ich nach technik ich stehe ich stehe immer die kohle abbauen ja ich habe ich habe mich gerade gewohnt warum habe ich eine hunde ich habe es begrenzt ich habe über mein kraft die fps begrenzt habe ich gewohnt warum habe ich so wenig geschrieben gut alter gut gemacht der war jetzt echt gut kann doch keine außer den fietze und ihm also ja ich sage mal sehen wir uns in der nächsten folge wir haben meine kurzen screenshot kommt sie mal eben alle zu mir ja war eben gerade muss ich auch wir haben weil ich kann ja baulieren machen ich bin aber noch in der folge ist euch bewusst so warte ich mach mal einen screenshot warte wo bist du da bist du ja guck dir mir bitte alle ins gesicht äh ja das dauerte folgen schreib ich drunter hey eine mit einer spitzhacke genau und so dann bis zum nächsten tschüss